Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin mit einem neuen Odin mal einkaufen. Wollen wir mal shoppen. Ich habe gerade schon das Spezial zur Kamera gemacht, aber hier ist auch noch Eignit zusammengekommen. Es sieht viel aus, aber Eignit hat nicht viel gekostet und Eignit ist halt mit bei, was ich vor Monaten bestellt habe, was jetzt eigentlich mal gekommen ist. Das hatte ich euch, also hier ist was drin, was ich euch schon gezeigt habe. Und zwar hatte ich mir Phoenix Rising geholt bei Games Flat oder so wie die heißen Games Flat. Link mache ich euch in der Videobeschreibung. Und da hatte ich, da war dann halt, kannst du halt mit einem Geschenk bestellen oder so, stand da für einen Euro mehr oder einen Euro 99. Ich glaube, machst du mal. Und da war ein T-Shirt mit bei. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen, das habe ich letztens nämlich vergessen. Ich habe mir die PS4-Version oder PS5-Version bestellt. Ja, PS4-Version und habe auch die PS5-Version installiert. Okay, ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, die PS4-Version. Oder steht das dem Pflichtchen? Habe ich da noch einen Zettel mit bei, was ich bestellt habe? Ne, hier nicht. Das wird meine große bekommen, das T-Shirt. Weil das ist eine M. Da passe ich nicht rein. So, dann habe ich für, war im Angebot. Kostet eigentlich 10 Euro. Also ich habe es eigentlich nur gekauft, weil es im Angebot war. Kostet eigentlich 10 Euro. Und irgendwie war das, wisst ihr ja, wenn ihr bei Amazon kauft, hier Coupon-Code, 5 Euro, was weiß ich. Wird an der Kasse abgezogen, bla, süß. Habe ich mir nochmal dieses durchsichtige Klebeband geholt. Also dieses Gummiklebeband. Ja, was dann für einen Teppich zum Beispiel und was man dann rücksichtslos abmachen kann. Das weiß ich schon von meiner Frau. Da haben wir das nämlich geklebt und versucht abzumachen. Wenn es eine Weile klebt, kriegst du den nicht so schnell wieder ab. Also da musste ich dann wirklich mit einem Messer, weil auch rüber gelaufen sind ein paar Mal. Das ging nicht so schnell ab. Aber hat den Teppich gut gehalten. Ähm, Anti-Rutsch, super. Und für 5 Euro gedacht, weil meinst das schon fast alle. Weil Frauchen hat jetzt einen größeren Teppich. Bräuchten wir mehr. Habe ich mir nochmal geholt. Dann mein Echo, den ich im Januar bestellt habe. Der ist jetzt auch da. Also nicht Echo. Also mein Standfuß vom Echo. Der ist jetzt da, weil ich hatte ja damals schon mal einen gezeigt. Da habe ich aus Versehen den für den Echo Show 5 bestellt. Und viele haben gesagt, das geht auch. Aber wenn, dann möchte ich für den 8 natürlich den Echo Show 8. Damit der halt bündig ist und vernünftig aussieht und damit das alles vernünftig ist. Und jetzt ist er da. Der Echo Show 8 habe ich schon angebaut. Deswegen Verpackung leer. Ja. So, dann. Das kam heute. Habe ich mir bestellt 100 Pinnnadeln. Ja, weil meine sind alle weg. Ich habe eine Pinnwand. Da ist kein Pinn mehr dran. Und ich hatte damals verschiedene dran. Und verschiedene Farben. Rot für wichtige Termine. Blau für, äh, für, äh, für, äh, für, was war blau damals? Watt ich noch, Alidienmus oder so. Und gelb hatte ich, hatte ich die, die, die ganzen Lieferdienste und, 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 ähm. Ach, was weiß ich. Alles, was du telefonon-mäßig und adressemäßig zu tun hatte. Ähm. Vom Arzt, äh, Lieferdienst, ähm. Ähm. Watt weiß ich. Tierarzt, ähm. Orthopäde. So was alle. Dir waren alle. Oder irgendeine wichtige Nummer. Irgendwas, keine Ahnung. Ruf mich nächste Woche da, auf der Nummer an. Wegen, Vodafone zum Beispiel. Wegen Vertragsverlängerung oder so. Das hatte ich dann alles mit gelben Nadeln gemacht. und dafür habe ich jetzt bezahlt 2,95 Euro. Das kam heute an. So, das habe ich schon vor zwei Wochen bestellt. Ne, vor zwei Wochen. Das sind Strumpfhosen für meine Kleine. Jetzt wo es warm wird, naja, aber kann sie auch einen Rock dazu anziehen, ein Röckchen, ein Kleidchen und dann brauchst du keine Hose. Das sind sechs Stück, also mit verschiedenen Mustern, hier mit Fußtapsen, mit Sternen und mit Streifen und mit Herzen und mit einem Teddy und Katzen. Die sind für dich. So, die große ist nämlich gerade mit ihr runterhecken. Juna möchte gucken, dann kann Juna zugucken. So, die müssen gleich dann in die Wäsche hoch. Dann waren wir bei Penny einkaufen, Katzenstreu. Ich hole mein Katzenstreu jetzt mal bei Penny, weil bei Netto gibt es nicht mehr die 10 Kilo Säcke, sondern nur noch sechs Kilo. Für den gleichen Preis. Und deswegen sind wir jetzt bei Penny, da hole ich weiterhin mein Klump, ach ne, Klumpstreu. Meine Katzen gehen auf Klumpstreu. Holt ich jetzt Klumpstreu bei Penny. Kostet genauso viel, wie damals bei Netto gekostet hat und sind immer noch weiteren 10 Liter. Ach, Mausi ist gerade rollig, also nicht, dass habe ich wundert, was die gerade jault. Die Kinder haben sie wach gemacht. Und da habe ich das gefunden, weil ich ja die Küche auch bei die Schränke erhöhen will, beziehungsweise vielleicht die Schränke auch austauschen will. Da habe ich schon geguckt. Ich glaube, da werde ich mal, da bin ich mir noch nicht so schlüssig. Ich denke, ich werde Schränke, ich werde mir ein bisschen zusammensparen und Schränke bei Ikea holen, weil die höher sind. Die sind 91 Höhe und alle anderen, die ich finde, sind nur so um die 80 und sowas. Und bei Ikea haben sie aber die langen Beene auch mit bei. Da muss ich halt nur gucken. Ich würde mir die gerne zusammenstellen, die 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 Küchenzeile, so wie ich hier meine Regale mir zusammengestellt habe und wo ich vorher wegen Schränken überlegt hatte und so. Aber habe ich für Küchenzeile nicht gefunden, dass ich die Gesamtlänge und dann halt sagen können, dann Spüle. Und ja, wegen dem Herdring einarbeiten und so, weil Platz wäre, dass ich dann vielleicht den Ehenschrank rausnehme und ich oder eine schmalere Spüle nehme und den Schrank rausnehme und dann halt neben die Waschmaschine eine Spülmaschine packen kann oder so. Oder halt einen größeren Schrank oder halt ein bisschen anders machen kann und wegen den Hängeschränken. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber erst mal sparen. Und da habe ich mir dann halt so einen schönen Wasserhahn geholt. Ich hoffe, der passt. Jetzt oder den kann ich vielleicht schon vorher anbauen, weil das Problem bei meinem Wasserhahn ist, ich habe fast den gleichen. Aber zum festmachen, ich habe es in der Arbeitsplatte drinnen, nicht im Waschbecken, in diesem dünnen Blech, weil ich wollte es unbedingt in der Arbeitsplatte haben, weil ich fand es halt cooler und ja, und bei meinem ist das halt das Problem. Dieses Schraubgewinde, was du dann unten machst, wo du dann unten gehen konterst, das reicht nicht ganz für die für die Arbeitsplatte aus. Ja, das ist halt zu kurz, musst du halt nur so auf Halbmast machen und jetzt wird es halt immer locker. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt hier vielleicht die passende Länge ist, dass ich das halt da machen kann. Ich hoffe es. Wir können ja mal reingucken. Hier ist der Wasserhahn. Oh, der sieht schön aus. Die kannst du auch hier wieder schön schwenken. Ah ne, hier ist das. So. Dass du dann halt hier an die Anschlüsse kommst. So. Und wenn das dann halt hier fest ist, das ist ja hier fest, dann kannst du das halt hier drehen oder praktisch mach ich dann so und dann ist das halt auf der Konterschraube irgendwie wohl. So. Aber egal. Und hier ist dann ein nichts. Ich bin da selber mal gespannt. Bei mir war da unten gleich. Ach, hier. Wie ist das da? Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht verdammt gut aus. Oder auch nicht. Wollen wir mal schnell mal gucken. Ich glaube, den werde ich doch schon jetzt anbauen. Gute ist, du brauchst hier nicht extra Werkzeug. Bei meinem brauchst du halt so ein komisches Teil. So. Müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir haben. Können wir gleich mal machen. Entschuldigung, dauert halt etwas länger. Ach so. Das schraubst du dann hier unten ran. So. Und das ist praktisch dann auf der Platte und das ist dann hier unterhalb der Platte. Also das ist wesentlich länger als das, was ich habe. Bei mir ist es etwa so lang. Also hier, also hier sollte es eigentlich kein Problem sein. Die Platte ist halt ziemlich dick. Die ist bis hier. Ja, das kriegen wir fest. Das kriegen wir fest. Das wird Wochenende gleich mal gemacht. So. Wo habe ich denn jetzt den Rest wieder hingedonnert? Hier haben wir noch extra Dichtungen. Ach so, das ist jetzt fest zusammen. Aha. Also kein Vierkauf. Positiv. Muss ich halt nur noch gucken, wie ich die ganze Spüle leer räume, dass ich da hinten an die Anschlüsse rankomme. Ne, Quatsch. Ich habe die ja verlängert. Ich muss nur zwischendurch an die. Ach, ich hoffe, ich kriege das alles ab. Ich kenne das immer. Das ist immer so eine Tortur. Weil die sind jetzt hier auch nicht gerade lang. Die sind jetzt nur so lang. So lang waren die bei mir vorher auch. Und wenn die Spüle hier ist. Ja, das passt. Das passt ja gerade mal bis zur Hälfte durch. Und ich bräuchte halt noch viel mehr. Mal gucken, vielleicht auch von der alten Spüle das dran lassen einfach. Und wenn die kompatibel sind, müssten sie ja, ist ja alles genormt, dann einfach von der alten Spüle die Anschlüsse unten rausschrauben und hier ranschrauben. Dann kriegt man ja alles irgendwie hin. So. Da wird sich meine Frau freuen. Weil der kotzt nämlich auch ganz schön an, dass bei mir halt ständig der Wasserhahn da oben locker ist. Und wir haben halt immer Angst, dass der früher oder später da mal richtig locker ist und dann unten alles rausfällt. Und dann hast du ja einen lockeren Wasserhahn. Ach, mit einem Imbo. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ist meiner fest? Meiner ist fest mit einem Imbo. Der ist praktisch nicht so wie hier, also auch so wie hier, dass diese Runde mit dran ist. Aber das zum Spannen, du hast dann halt hier in der Mitte noch eine lange Stange mit bei. Und da ist dann halt so ein Aufsatz und den musst du mit Imbo festschrauben. Also praktisch auf diesen Ring und in der Mitte halt diese Stange, die kommt da durch irgendwie und da musst du mitten imbo irgendwie festschrauben. Das hat dann ein Ende. Dann habe ich einen Schlafsack, meine Tochter sagt immer Schlafgack, für meine Tochter geholt. In Orange. Haben wir noch ihn gekriegt in Größe 104. Ne, das gehört nicht mehr dazu. Das ist für ein Sponsoring. Dann habe ich noch was geholt. Und zwar einmal dieses. Im Stream habe ich es ja schon gezeigt. Davon werde ich aber nur eins benutzen. Das ist ein Playstation Logo für die PS5. Und, da werde ich auch ein Video machen, weil ich habe meine aber liegend, kostet es wie noch was, wenn man es einzeln kauft, ich habe es im Päck gekauft. Mit dem passenden Seitenstreifen für die LED Leiste bei der PS5. Und damit soll es türkis dann aussehen. Weil ich habe sowieso alles hier immer türkis. Und deswegen habe ich, ich wollte, blau fand ich eigentlich auch ganz geil, dieses dunkelblau. Aber ich wollte dann halt türkis, weil wenn dann alles hier einheitlich ist, weil ich habe ja meistens türkis. Da ist das. 7,99€ alle zusammen. Das Logo gibt es auch in verschiedenen Farben. Also wenn ihr nicht Klassik wollt, ihr könnt auch blau, rot, grün, gelb, orange nehmen. Das ist alles kein Problem. Oder Gold. Gold könnt ihr auch nehmen. Gibt es sogar Gold. schon in der passenden Größe, für die da wo ihr hinkommt. Das zeige ich euch ja dann im dementsprechenden Video. Mein Akku blinkt jetzt auch schon. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre ein Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. OITZTEST